ja leute und da bin ich auch schon wieder und ich muss sagen so langsam blick ich hier nicht mehr so wirklich durch habe ich schon blick schon lange nicht mehr richtig durch hier aber wir haben ja vorhin von zombie hulk gejagt sind aus einem fenster gesprungen und vom himmel gestürzt und jetzt schon wieder in unserem kackbett hier aufgewacht und wahrscheinlich sind wir jetzt wieder in irgendeinem container schauen wir mal und zwar wieder ganz ganz oben auf dem berg wo sonst was ist hier und was nicht ich weiß es nicht finde Devin in der marina was macht der versaute Devin mit der marina jetzt können wir wieder ellenlang nach unten laufen ein greifhagen wäre cool dann könnten wir mal in neue gebiete rein ich bin gespannt wo der Devin sich rumtreibt obwohl ich mal stark davon eigentlich müsste der auch schon tot sein weil das weiche das kann ich mit sicherheit nicht alleine überleben gliff this is faith kimball and i hope you can hear me you what do you want i don't think i'll be able to receive on this radio and and i don't have much time before you back hey i'm here i just wanted to say i really hope you're ok there are things you must know about this island and oh shit gotta go what the hell did that just happen i think i'm done with trust good focus on getting out hier passiert doch bestimmt auch gleich wieder irgendwas was ist irgendein Mist was sind das für welche nee 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 hau ab hau ab erstmal überprüfen wer da noch so rum liegt sind das zwei die gleichen ich glaube ja ach das ist so ein wolverine verschnitt boah haben wir ein schwein gehabt bei denen tue ich mich verdammt schwer schlagen wir uns jetzt mal zur marina durch und ne keine leiter aber gleich gucken wir mal eine leiter die wieder nach oben geht ne es geht weiter nach oben Juppf. He's killin' a hoch, Alda. Ich glaube, hier brauche ich nicht mehr schleichen. So. Wir sind auf dem richtigen Wege. Was ist denn das da oben? Uh, das ist auch einer von der Sorte. Oh, 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 oh. Der sollte mich besser nicht sehen. Nicht hier. Nee, da kommt doch, oder? Nicht hier drüben. Nein. Mit dem lege ich mich ungern an. Komm her, genau, guck nach hier. Jetzt guckst du wieder weg, die Pisser. Ich habe keinen Bock, mich mit dem anzulegen. Ich habe keinen Bock, mich mit dem. So. Ich bin blind, Mimimu. Ach, da ist noch so einer. Und ich muss natürlich an dem vorbei, war ja klar. Tja. Ja. Ein Klugscheißer, wenn das so einfach wäre, rechts abzubiegen. Aber soll ich es versuchen? Aber da war noch so ein komischer Grüner da. Aber der ist ja beschäftigt. Ach, da ist jemand auf die Entfernung. Kann doch nicht angehen. Da muss ich außen rum. Ich muss den irgendwie abstechen, ey. Hier war da auch gerade noch einer. Da ist einer. Tü-tü-tü. Tü-tü-tü-tü. So. Da ist einer. Man hört sie aber man sieht sie nicht Hier war doch ein grüner Ja kotz dich aus Auf jeden Fall war der Kollege da Ach ich muss sogar an dem vorbei Ich wirf mal der andere der sieht mich nicht Der hockt natürlich da Ach das war so ein Schreigerät das war gar kein Wolverine Naja Nur waren wir wenigstens auf der sicheren Seite Er erkennt so oft die Entfernung auch nicht Also ich zumindest nicht Ach wo ist denn hin Ah Also ich denke es ist Zeit dass jemand dir die Wahrheit erzählt hat Dieser ganze Stunt wird nie den Respekt von deinem Vater Warum hast du dich nicht nur in die Schule verwendet Außer von hierher zu kommen Du kannst nicht die Welt retten Cliff Du kannst mich nicht retten Du kannst mich nicht retten Ich freu mich auch so langsam wer da die ganze Zeit Wer uns da die ganze Zeit zutextet Also die Linda Tussi ist es auf keinen Fall Die ist meiner Meinung nach sie tot Richtig Ja Cool wenn wir uns hier ins Auto setzen könnten und einfach Pssst Los Dann kannst du irgendwie so über den Haufen fahren Wo tritt die Marina Wo ist die Ich seh gar nichts Okay Komm schon Na Hier Na Ch downloads Schöne Mega Aha Wow Das war Ah, da müssen wir hin. Da waren wir doch ganz am Anfang, hier haben wir unseren ersten Zombie gesehen. Oh, da vorne ist ein Boot. Vielleicht kommen wir direkt hier von der Insel weg und spiel vorbei. Wer ist das da oben? Das ist auch wieder so eine Sirene, so ein Screamer. Du hörst mich nicht, du siehst mich nicht, du hörst mich nicht. Ach, das ist schon... Diese Scheißdinger, wo ich die wasse... Ach, der da oben hat uns gar nicht gesehen. Und weg! Ich glaube, wir können jetzt hier lang gehen, oder? Glaub ich zumindest, wo muss er hin? Ach, Mann, Jungs, so immer hier, so früh. Ich bleibst auch liegen. Ach, und du auch am besten für die Scheiße. Ach, Mann! Ach, Mann! Ach, Mann! Ach, Mann! Entschuldigung! das ist so einer den muss ich wieder irgendwie von hinten dran und töt mir das zu gut dass der da unten noch nicht gesehen hat alle auf dem dach haben uns natürlich gesehen kann ich den abknallen naja ich lass den erstmal hinkommen da ist noch einer was ist das da für einer in your face bleib ja da unten was ist das was ist das was ist das Oh, Schatz. Also langsam werden es immer mehr. Oh, 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 nein. Ja, du stehst jetzt fast perfekt hier. Oh, schön. So muss das. So ist das top. Jetzt haben wir den schon mal ausgeschaltet. Ein Zombie nach dem anderen läuft hier Blöd in der Gegend rum So, wir gucken, ob hier noch einer von denen rumsteht Irgendeiner hat uns doch schon wieder hier Ins Visier genommen Was ist denn, wenn ich den jetzt einfach wegknabe, da? Ah, den da oben Sag mal, wer hat uns den Achte da oben? Kann doch nicht angehen Weißte was Scheiß, was drauf Oh, jetzt noch länger hier doof rumrenne Und hier nichts passiert Komm, in die Fresse So Einer weniger Ich habe so viel Munition aufgesammelt Was liegt denn hier? Die liegt auch noch alles Absurd Ich glaube, die muss ich auch mal benutzen So langsam Ich muss den dreimal in die Birne schießen Ey, kann doch nicht angehen Was kommt raus hier, die kleinen Pisser Oh, hier komme ich wahrscheinlich Das ist schön Dann machen wir die Tür schon von innen auf Was haben wir denn hier? Ein Harken Ein Greifharken Schön, schön Und gespeichert Und ich sehe gerade, wir sind schon bei über 20 Minuten, Leute Oh, da ist ein Wolverine Ja Ich pausiere jetzt nämlich mal eben Würde ich sagen Und ja, ich bedanke euch für's Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Und tschüss Bis zum nächsten Mal